AIMBOT Schon ein vorinstallierter AIMBOT Chill out! Ah Ah Ich denke die sollten auch die Untertitel Im Spiel selber aktivieren Weil ich kann mich nicht auf zwei Sachen gleichzeitig konzentrieren Also auf drei Weil ich muss ja halt reden und zocken Und dann noch die wörtliche Rede Ah nein Penis So dann lass mal zurück zum Mord Ja haben wir dir jetzt genug geholfen Cocktail Schwaz, schwaz Oh mein Gott Hä, wieso Es gibt immer eine Strebergruppe Mussten jetzt nicht unbedingt Müssen jetzt nicht unbedingt Juden sein Ja Und halt Coole Leute Wenn man sie als diese bezeichnen kann Ja Lois Quackmeyer da oben Oh Das ist einfach nur Wunderschön Die haben das ja eingebaut Mit den Dingern Riesenhund eingesammelt Es ist göttlich Es ist einfach nur göttlich So Äh Ja Wo sollen wir da jetzt was platzieren? Wo sollen wir da jetzt was platzieren? Hallo Wo sollen wir da jetzt was platzieren? Ähm Irgendwo hier Achso Ah, okay Ah, ja Gecheckt 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 Molotov Cocktail Wahrscheinlich mit G, ne? Ja Er gibt Sinn Nein, das ist ein Huhn Nee Nee Ernsthaft Hallo Achso, die ist schon tot Oh mein Gott 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 Ja, ich weiß Verdammt nochmal Ich weiß Ja, ich muss bloß wissen Wie macht man Monotov Cocktails Nein Nein Wieder ein Rätsel Das wahrscheinlich Schwer ist Oh mein Gott Verpiss dich Verpiss dich Hab ich gesagt So Oh Könnt ihr mal aufhören Mich zu nerven Ich muss hier grad wichtige Euer Ernst So Ich muss hier grad wichtige Sachen machen Tab Äh, nein So ein richtiges Counter-Strike Fadenkreuz Man, verdammte Scheiße Ich muss doch irgendwie auf Monotov Cocktail kommen So komme ich nicht auf Monotov Cocktail Wie werfe ich die denn mal Ich kann ja mal kurz gucken Option Steuerung Steuerung Äh, nach links Äh, zoomen, teleportieren Nahkampf Versprochen, Charakter wechseln Ziel, Kamera zentrieren Nein Nächste Waffe, letzte Waffe Objektauswahl Objekt wechseln Schö, 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 schö Probieren wir es einfach mal mit E Nein Äh, eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Z Ja Toll Oh Gott So, ähm Z wechselt so ziemlich zwischen den Viechern Ich werd glaube ich gleich mal kurz gucken wie das ist Weil ich hab jetzt keinen Bock das hier alles in der Aufnahme zu machen Penis, Nasen, Schwanz, Arsch, Gesicht So Äh, Granate werfen A, G G, 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 Granate Brenn, Brenn, Burn, Burn Burn and it burn Also hey, burn, burn, burn and burn Ah, neue Munition Ah, Granaten Oh mein Gott Oh mein Gott Geh Nein, das wollte ich gar nicht Geh Brenn, Brenn Brenn Oh, wie ass Sterb, sterb, sterbeli, sterb Ich sagte sterb, sterb, sterbeli, sterb Und noch ein Nein Nein Ich hab den wirklich daneben geworfen Ernsthaft So Quackmeyer Du kleiner Penner Oh yeah Sprich mit Mord Und somit haben wir Mord jetzt bekannt gemacht Und er kann jetzt Bitches absahnen Oder wie soll ich das verstehen So Ich will Stewie haben Stewie ist cooler Seid ihr klein Beinchen, die ist so niedlich So Na ja Sieht noch nicht so heftig nach einer Riesenfeier aus Okay, Fassanschlagen Habe ich gemacht, oh Ja klar Dann Lass mal los So ein paar Boxen klauen Also die momentane Mission Spezialisiert sich jetzt erstmal da drauf Irgendwie Die Feier zu organisieren Super Egal So Nein Sind wir nicht Oh yeah Voll die Farmers, ey Schlebt der Penner? Nope Dann lass doch mal Boah Eine Riesen-Shisha, Alter Geil Kann man die benutzen? Schade Ähm Äh F Schade Kann man nicht kaputt machen Okay Müssen wir wahrscheinlich den anderen Weg nehmen Den müssen wir dann wahrscheinlich als Rückweg benutzen Jupp Oh Mit Bier geladene Deutsche Oder Amerikaner in diesem Fall Oh Lala London London Hi Ihr seid Alle Schwänze 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 Mein's You Könnte die ganze Welt vernichten Oh mein Gott Jetzt müssen wir den Nerds raushelfen Oh Gott Die haben sowieso keine Chance gegen mich Ich hoffe, hier gibt es auch Endgegner und sowas Das fand ich immer relativ geil gemacht In dem Simpsons Spiel Da haben die auch die Serie selber mit reingebracht Und dann auch Endgegner aus der Serie Relativ geil Hä? Wo wurde er gerade auf mich geworfen? Ah, hallo, wie geht's dir? So Äh, dafür würde ich aber Brian haben Weil Schusswaffen sind mir lieber Wow Ah, wo ich gerade von Endgegnern gesprochen habe Er wirft wirklich mit Bier Junge, du sollst sie verschämen Weißt du was? Wir nehmen jetzt mal Stewie, weil der hat eine Dreischussbetriebswaffe Oh mein Gott Nein Ich nicht Wow Shit Non-scope, non-scope, non-scope Wow Dusch, Schwanz, Nasen, Arsch, Gesicht Ernsthaft, der hat sich gerade selber mit dem Fass nachgeworfen Ja So Money, money, money Makes me funny In a rich man's world In a family guy world Nein Keine Munition mehr Ah, okay Ich gucke mal, ob wir hier Ja, wie gesagt Munition finden Hier überliegt wahrscheinlich Munition rum Okay Dann lass das mal machen Jetzt fangen sie wahrscheinlich eine Schlägerei mit den Dords an Sehr stark Obwohl, nein, nein, nein Erstmal hier die Lautsprecher installieren Boah, ich trinke mal kurz was Oh mein Gott Nein, ich will einen Fall So Mord Wie gefällt mir das Ganze hier So Much Now I have the whole night To fear the sex That I'll probably chicken out of Hey, no problem Thanks for fixing the remote Oh, fellas I almost forgot Some of the other nerds Uploaded a new program On your remote It analyzes your surroundings And gives you hints Of what you should be doing On your journey Klar Oh, yummy, geil Ja, ja, ja Verdiente Belohnung Eine Frage der Bildung Videos abspielen Äh, freigeschaltet So Mal weiter Status Sammle alle schmutzigen Fotos Der Schwesterschaft Schwesterschaft Zwei von 15 gefunden Ja, geil So Fortsetzen Ähm, Peter Das hier sagt Dass du kein Genie bist Um die Wahrheit zu sagen Du bist geistig Zurückgeblieben Ey, geil Hey, geil Wie geil Wie geil Ecstasy Heftigeres Ecstasy Ecstasy I want you to stop you If you see them I want you to shoot To kill Seriously Of all the stunning pictures I've taken over the years That's the one he gives them Brian, we're taking all of those down It is settled We have a deal Ah, ha, ha Stewie Griffin Prepare to be destroyed Äh, Family Guy Humor Äh, noch mehr Family Guy Humor Drücke Start zum Beitreten Ja, leider habe ich bloß keinen Start Kann man hier irgendwie mal was updaten Upgraden Penis So Ja Ah Mann Warum gibt's hier keinen Doppelsprung Dann wäre das alles viel einfacher Was ist das? Ja Ne Schnipper Okay Ja, uns Mir doch scheißegal GTA Style, yo Oh mein Gott Ja, ja, ja Hä Wo sind noch welche? Gucken, 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 gucken Okay, da hinten erstmal hin So, dann lass erstmal die Nahkampfwaffe auswählen Ah Zum Glück gibt's Zum Glück gibt's in dem Spiel kein Fallschaden Das wird ja wahrscheinlich ein Riese Oh Hey See, it's actually work I hate to say it, but Bertram's kinda legit I hate to say it 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 Vielen Dank.